Das ist DJ Inc. featuring JD und Nova Casper. Das hören wir uns jetzt gleich mal an. Einer der neuesten Tracks ist das jetzt, den wir gerade jetzt fertig haben. Und danach gibt es dich live in the mix und wir versuchen mal, ob wir das mit dem MC hier auch noch auf die Reihe kriegen. Das ist DJ Inc. Das ist DJ Inc. Oh yeah So crazy Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.